Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu Part 20 meiner Disney Legacy Challenge. Im letzten Part hatte unser kleiner Sabio und die beiden Zwillinge Geburtstag. Das hier ist der kleine Dormilon oder auch Dormi, denn das ist ein bisschen kürzer und einfacher auszusprechen. Und der kleine Timido. Dem kleinen Timido habe ich im Nachhinein noch ein rotes Näschen verpasst. Das hatte ich nämlich noch nicht im Spiel, habe ich dann im Nachhinein noch als CC runtergeladen. Denn der vierte Zwerg, Pimpel ist es ja im Deutschen, ist ja nun mal dafür bekannt, dass er immer ein rotes Näschen hat und halt oft erkältet ist. Gut, das erkältet können wir halt nicht so direkt mit einbringen, aber das rote Näschen und deswegen habe ich das Ganze nochmal gemacht. Und ja, ich finde es richtig süß. Schon im letzten Part haben wir gemerkt, dass heute Halloween ist und da wollen wir noch eine kleine Halloween-Party schmeißen. Ich würde sagen, wir warten noch, bis Will wieder zu Hause ist. Das ist in zwei Stunden der Fall. Um 14 Uhr dürfte er wieder zu Hause sein und dann kann es auch schon losgehen. Und Patchy ist auch aufgewacht, das passt ja auch ganz gut zu Halloween. Da kann Lilia vielleicht dann nochmal hingehen und vielleicht mal einen kleinen Witz machen und mit ihm vielleicht auch mal ein bisschen so eine tiefgründige Unterhaltung führen oder so. Und dann kann sie ihm passend zu Halloween auch nochmal eine fesselnde Geschichte erzählen. Und wie geht es denn den kleinen Jungs? Du hast ganz schön Hunger. Okay, Snow, geh mal bitte deinen kleinen Sohn füttern, bevor es hier ein Unglück gibt. Habt ihr das gesehen? Da war gerade ein Herz. Ich weiß nicht, ich war... Okay, 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 was haben die beiden da gerade gemacht? Also auf jeden Fall sehe ich, hier ist dieses Zeichen und ich glaube, dieses Zeichen kommt nur, wenn man jemanden sehr attraktiv findet. Ja, er ist ja auch ein attraktiver Dude, also, ne? Also ich glaube, gerade hier ist es mehr auf den Charakter bezogen, aber das zeigt ja auch einfach mal wieder, was Lilia für ein Mensch ist. Dass es ihr total egal ist, wie jemand aussieht, wie jemand ist. Nein, nicht wie jemand ist, das eben nicht, sondern dass sie nur darauf achtet, wie jemand ist. Also was für ein Charakter dahinter steckt. Und da, ja, hat Patchy halt einfach für sie einen unfassbar tollen Charakter. Und die beiden hier sind auch total verliebt. Aber Snow plant jetzt die Halloween-Party, eine Grusel-Party und wir können es leider nicht als Prestige-Event machen, weil wir ja hier heute Halloween haben. Aber ich glaube, das macht nichts. Es geht einfach nur darum, unsere Freunde wieder zu sehen und, ähm, ja, halt einfach eine Party zu feiern. Also Snow ist natürlich Gastgeber. Gäste sind auf jeden Fall unsere Kinder. Will kommt natürlich, wobei den können wir auch eigentlich mal gleich mit als... Wir machen die drei als Gastgeber so. Dann laden wir nämlich auf jeden Fall ein den kleinen Dormi, Sabi und Timi-Duo. Dann können wir noch einladen die Kim, den, ja, Hunter und Greta laden wir auch mal ein. Da könnten wir auch eigentlich die Tochter von den beiden mit einladen, das fände ich auch schön. Der Michael kommt noch mit. Dann die Maya, Harry und seine Frau. Sarah mit ihrem Mann. Da hatte ich übrigens auch einen Kommentar von euch, dass es ja sein könnte, weil die liebe Sarah, die, ähm, hat ja auf einmal ein Baby mit einem anderen Mann bekommen. Die beiden sind aber noch verheiratet. Dass es ja sein könnte, dass es bei den beiden Probleme gibt und die sich deswegen einen Spender hinzugezogen haben. Finde ich auf jeden Fall eine schönere Idee als das Fremdgehen. Ich meine, die beiden haben zwar schon ein Kind zusammen, also auch wirklich zusammen. Aber wer weiß, das kann ja immer noch im Nachhinein passiert sein. Deswegen ist das auf jeden Fall die schönere Lösung. Und ich glaube, wir können das dann auch so stehen lassen. Dann kommt auf jeden Fall noch die liebe Livia mit und der Rahul. Und dann haben wir sie auch alle. Aber die, äh, Tochter können wir irgendwie gar nicht auswählen, obwohl wir die ja eigentlich kennen. Warum können wir die denn nicht auswählen? Können wir keine anderen Kleinkinder einladen, außer unsere? Aber die ist auch ein Kind. Aber wer das ist, weiß ich nicht. Ah doch, das ist die Tochter von Maya. Okay, die bekommt halt auch mal ein Umstyling, würde ich sagen. Aber das ist Mayas Tochter Annetta. Sie hieß Annetta, richtig. Okay, die liebe Annetta kommt auch. Da gebe ich dann gleich ganz schnell nochmal ein Umstyling. Das muss ich ja mit Michael auch noch machen. Der ist ja schon zum Senja geworden. Aber dann haben wir sie alle. Ich glaube, einen Caterer und einen Mixer brauchen wir nicht. Denn ich habe vor, das Ganze auf dem Spielplatz zu machen, den ich gebaut habe. Und wo ist der denn? Na toll, kann ich nicht machen, weil es halt als Park gekennzeichnet ist. Und wir können das Ganze wohl scheinbar nicht im Park feiern. Dann werde ich es mal ganz schnell tun, dass ich den Spielplatz als gemeinschaftlichen Platz kennzeichne. Und dann werden wir das höchstwahrscheinlich und hoffentlich auch dort starten können. So, es ist endlich soweit. Es ist ungefähr eine halbe Stunde später, denn ich habe mich dazu entschieden, den Leuten, die noch eins brauchten, jetzt ein Umstyling zu verpassen. Also, ja, gehen wir jetzt zur Gruselparty und alle sind umgestylt und alles ist hervorragend. Weiter geht's. Unsere Gäste sind immer noch die Kinder, Kim. Ich sehe auch gerade jetzt kann ich die Tochter von Hunter und Greta doch auswählen. Vielleicht, weil ich sie gerade umgestylt habe. Ich weiß nicht, warum es vorher nicht so war. Aber Maya kommt mit, ihre Tochter Harry mit seiner Frau und alle anderen. Wie vorher auch. Und jetzt dürfte das Ganze eigentlich funktionieren. Ja, Brindleton Playground. Den habe ich nämlich gebaut, den Spielplatz. Und ich hoffe, da ist besseres Wetter als hier. Denn das Ganze ist in Brindleton Bay. Und da haben wir ja gesagt, dass es so eine Stadt ist, die vielleicht eine halbe Stunde entfernt ist von Hanford & Bagley. Also noch ganz im Rahmen. Und ja, das Wetter ist hervorragend. Also eigentlich sehr unlogisch, weil es ja wirklich nur ein Ort nebenan ist. Die Gruselparty hat auf jeden Fall begonnen. Und wir schauen mal. Also die Leute sind natürlich alle automatisch verkleidet. Snow hat sich für das Kostüm einer Cheerleaderin entschieden. Lilia geht als Fee. Ja, Will geht als Pizzadieferant. Das ist sehr interessant. Kim wollte sich nicht verkleiden. Das ist auch in Ordnung. Dann Hunter ist einfach perfekt. Er sieht fast so aus, wie er sowieso aussieht. Also er hätte normalerweise das Jägerkostüm an. Jetzt ist er, ich weiß nicht, was er ist. Ein Ritter mit Skibrille. Ich weiß es nicht. Macht nichts, aber sie ist super aus, Hunter. Der kleine Dormi geht einfach um Schneeanzug. Ist auch supi. Auf jeden Fall sieht Timido zuckersüß aus. Es ist zwar kein Kostüm, aber das ist ja... Ich wusste gar nicht, dass ich diese Latzhose besitze. Die ist hervorragend. Die hätte ich den Kindern auch so geben können als Outfit. Oh mein Gott. Also irgendeinem Kind werden wir diese Latzhose noch verpassen. Das ist großartig. Auf jeden Fall geht Sabio als Skelett. Das finde ich auch richtig süß. Aber ich würde sagen, wir geben den beiden Kleinen trotzdem nochmal ein richtiges Kostüm. Vielleicht als Monster. Ich glaube, Monster ist ja einfach dieser Schlafanzug. Ich finde halt das Kostüm von diesem Feiertagshelfer total süß. Von diesem kleinen Wichtel. Es passt zwar nicht wirklich zu Halloween, aber ganz ehrlich, als Chilierin weiß ich auch nicht, was man in Halloween suchen soll. Oder ja, Fee ist halt eigentlich auch nicht so Halloween, ne? Aber egal. Oh, ist das süß. Oh, seht ihr das? Guckt euch die beiden an. Ich dachte, es wäre halt immer die gleiche Farbe, aber es sind ja sogar andere Farben. Oh nein, ist das süß. Also davon brauche ich gleich definitiv noch ein Bild. Aber ich muss sagen, sonst ist irgendwie keiner gekommen. Und Hunter ist auch weg. Warum kommt denn keiner zu unserer Party? Das ist ja traurig. Ich würde sagen, dann rufen die alle nochmal einfach so. Oh, da kommen Leute. Oh, da kommen unsere Gäste. Ja, wer ist denn das? Maja. Oh, cool. Maja, Wahnsinn. Und Maja ist schon eine Seniorin? Maja, du bist eine Seniorin? Oh, Wahnsinn. Okay, dann braucht die Maja auch nochmal ein Umstyling. Und das dürfte Simon sein. Das ist Simon richtig. Und das ist Harry. Oh, wie cool. Es kommt doch Leute. Wow, ich dachte schon, es wird ein Riesenreinfall. Aber dann ist es ja doch nicht der Fall. Vielleicht können die Kleinen ja mal ein bisschen hier durchkriechen und ein bisschen Spaß haben. Sabio geht hier aufs Ganze und klettert über die gefährliche Hängebrücke. Und hier kommen die Kinder. Wie schön. Oh, das ist Majas Tochter. Das ist die kleine Annetta. Vielleicht kann Sabio, nee, das ist der falsche Zwerg. Vielleicht kann Sabio sich da ja mal vorstellen. Stell dich doch mal freundlich vor. Oh nein, und die Tochter von Hunter und Greta ist total traurig. Das ist nämlich die liebe Aida. Und da kann Sabio sich vielleicht einfach mal respektvoll vorstellen, weil sie ja gerade traurig ist. Und ja, dann können die vielleicht einfach mal ein bisschen reden und eine coole Grusel-Kinderparty starten. Okay, also die Frau von Harry geht als Postbot hin. Das ist auch interessant. Und wen haben wir hier denn noch? Also es ist irgendwie so interessant, als was die hier alle gehen. Das ist irgendwie richtig cool. Ich habe das noch nie gemacht, so eine Halloween-Party. Aber ich muss sagen, das gefällt mir richtig gut. Und du bist einfach irgendeine Teenagerin, eine Süßigkeiten-Sammlerin. Stimmt, das können wir auch machen. Okay, Will, dann kann man ja nicht Süßes oder Saures oder so. Okay, nein, geht irgendwie nicht. Normalerweise kommt ihr dann auch immer Süßes oder Saures. Wahrscheinlich, weil wir nicht zu Hause sind. Aber es sind irgendwie alle traurig. Also Maya ist auch traurig. Vielleicht kann Snow da einfach mal hingehen. Dann lad sie doch einfach mal zum Tanzen ein. Wo tanzt du denn überhaupt? Hier drin tanzen wir. Das ist super. Ich finde es auch einfach schön, dass ihr alle in diesem Spielhaus sitzt, in diesem Baumhaus. Und einfach dancen. Es ist einfach klasse. Es ist eine Kinderparty. Und alle fühlen sich gerade noch mal ein bisschen wie Kind. Und Lilia redet hier auch mit den ganzen Kindern. Ich finde es einfach großartig. Denn Lilia, ja, ist ja selber kindisch und versteht sich einfach super mit den ganzen Kindern. Vielleicht kann Sabio die beiden ja einfach mal ein bisschen kennenlernen. Denn, ja, ich finde sie beide einfach großartig. Ich habe nämlich auch mehrere Kommentare dazu bekommen, dass es ja schön wäre, wenn vielleicht eines unserer Kinder mit den Kindern oder mit dem Kind von Hunter und seiner Frau zusammenkommen könnte. Oder halt, ja, oder halt mit Mayas Kind. Also ich finde beide großartig. Und ich habe bei beiden darauf geachtet, dass sie sehr verschieden sind im Umstyling. Aber trotzdem würden sie beide sehr gut zum kleinen Sabio passen. Und ich bin mir, ich meine, jetzt gerade kann man es schlecht deuten, weil sie halt ein Kostüm tragen. Das ist ja nicht so einfach. Aber allgemein, ja, müssen wir die, glaube ich, mal ganz genau kennenlernen und ganz genau unter die Lupe nehmen. Und dann könnt ihr ja vielleicht auch irgendwann mal entscheiden, ob es überhaupt ein Kind von den beiden später mal als potenzieller Partner werden soll. Und wenn ja, dann halt welches. Denn ich finde sie, wie gesagt, beide großartig. Und der kleine Timido hat Level 2 der Bewegungsfähigkeit erreicht. Und er stinkt ganz schön. Aber so lange geht es ja nicht mehr. Ist auch schon ganz schön spät für kleine Kinder. Oh nein, und er ist traurig. Diese furchterregende Rutschpartie wegen Kleinkindrutsche. Das ist zu schnell, viel zu schnell. Die Rutsche macht mir Angst. Oh mein Gott, es passt so gut zu ihm. Das Spiel ist einfach, Timido ist halt der ängstliche Zwerg. Er ist halt ängstlich und scheu. Es ist einfach hervorragend. Es ist genau das, was er sein soll. Als ob das Spiel genau wüsste, was ich möchte. Weil ich meine, wir haben ihm ja das Merkmal heikel gegeben. Was aber eigentlich ein bisschen was anderes bedeutet. Aber letztendlich, ja, bewirkt es halt genau das, was wir erreichen wollten. Und ich finde es einfach großartig. Die Halloween-Party ist zu Ende. Die Party war echt gruselig. In der Hoffnung, dass uns beim nächsten Mal die Haare zu Berge stehen, wurden zwei unheimliche Lampen im Haushaltsinventar platziert. Sehr cool. Und wir haben trotzdem fast nichts geschafft. Schade. Aber es ist halt auch schon 23 Uhr. Ich glaube, Halloween ist gleich sowieso vorbei. Vielleicht können wir uns ja noch einmal, weil das wurde jetzt nicht abgehakt, verkleiden. Weil wir sind zwar verkleidet, aber scheinbar halt auch irgendwie nicht. Deswegen verkleidet sich Lilia jetzt auch noch mal als Cheerleader. Snow kann, ja, die ist ja eigentlich schon Cheerleader. Aber komm, verkleidet sie sich halt auch noch mal als Cheerleader. Damit wir es halt wenigstens irgendwie abgehakt haben. Swilda kann sich ganz kreativ als Pizzalieferin verkleiden. Hammer-Kostüm. Und die Kleinen, die haben es ja schon getan. Also ich glaube, schaffen werden wir das Event bei den meisten nicht. Außer vielleicht bei den beiden. Oh no, er ist müde. Oh nein, er ist sehr müde. Okay, wir gehen jetzt alle ganz schnell nach Hause, damit wir die Kleinen ins Bett bringen können und morgen in einen neuen Tag starten können. Und ähm, was macht ihr denn hier? Was wird das? Och, cute. Okay, sie liegt zwar komplett im Busch und jetzt stehen sie schon wieder auf, aber das war süß. Die Familie ist zu Hause. Ich erfülle jetzt nochmal alle Bedürfnisse. Und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn der neue Tag anbricht. Der nächste Morgen ist angewachsen und Cordula ist zu einem goldenen Huhn herangewachsen. Wow, wie hell und goldenes glänzt. Beim Wettbewerb auf dem Markt von Finwick würde es ganz bestimmt Eindruck schinden. Es kann außerdem gegen mehr Simulians als ein normales Huhn eingetauscht werden. Es ist aber äußerst interessant, dass Cordula, also unser Küken, was quasi erst im letzten oder vorletzten Part geschlüpft ist, jetzt schon ein Huhn geworden ist. Und unsere anderen beiden Küken, die schon sehr, sehr lange Küken sind, sind immer noch Küken. Das verstehe ich nicht. Kann man die irgendwie manuell älter werden lassen oder so? Aktion? Ich kann es halt eintauschen, aber das möchte ich eigentlich nicht. Hundertf... Nee. Nee, nee, das möchte ich trotzdem nicht. Jetzt wird jedenfalls hier bei Lilia wieder die Schule angezeigt und ich sehe gerade, sie ist eine Fünfer-Oberschülerin. Ich weiß nicht, warum sie so schlecht ist. Also ich meine, wir haben nie mit ihr fleißig gearbeitet oder so, aber sie hat immer automatisch die Hausaufgaben gemacht, zumindest fast immer. Und so schlecht war sie eigentlich nicht. Vielleicht sollten wir doch mal mit ihr ein bisschen fleißig arbeiten. Doch, ich glaube schon. Also ich glaube, Lilia merkt jetzt, okay, ich hatte immer viel Spaß in der Schule, aber jetzt sollten meine Noten auch mal besser werden und ich glaube, Lilia wird jetzt doch mal ein bisschen fleißig lernen, damit sie, ja, vielleicht nicht unbedingt bei der Fünf bleibt. Und Sabio schätze ich sowieso als sehr fleißig ein. Also ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht auch irgendwann mal das Bestreben hat. Entweder Renaissance-Zim oder halt irgendeins von diesen ganz smarten und schlauen und nerdigen Bestreben. Und deswegen, ja, würde ich ihn so einschätzen, dass er immer sehr fleißig ist, immer fleißig seine Hausaufgaben macht und ja, immer gute Noten haben möchte. Was wir auf jeden Fall mal mit Cordula machen können, wir haben ja noch ein paar Outfits für unsere Hühner und dann können wir sie ja vielleicht auch einfach mal einkleiden. Also das hier hatte ja Luigi an. Ich würde mal sagen, dann geben wir Cordula einfach das hier. Ist doch eigentlich ganz süß. Dann können wir auch direkt nochmal ein gesundes Leckerchen geben und ein Freundschaftsleckerchen. Könnte ich gleich erst machen und dann dürfte sie doch ganz zufrieden sein. Schnarchnase! Ein Mitschüler von Lilia beginnt leise zu schnarchen. Der Lehrer scheint es nicht zu hören, wirkt jedoch irgendwie abgelenkt. Soll Lilia es einfach ignorieren oder dem Lehrer Bescheid sagen? Ich glaube nicht, dass Lilia eine Pätze ist, deswegen wird sie das Ganze einfach ignorieren. Lilia verdrängt das Schnarchen erfolgreich aus ihrem Gehirn und konzentriert sich stattdessen auf die Stimme des Lehrers. Alles gar kein Problem. Leistungsverbesserung klein. Sehr gut, Lilia. Oh, und unsere Kürbisse und sowas wachsen. Okay, da müssen wir mal aufpassen, dass wir das Ganze nochmal ein bisschen pflegen. Wir reden mal über Wurzeln und düngen das Ganze mal. Natürlich wieder mit unserem oder heftiger. Was ist denn besser? Ich würde sagen, okay, der Megavitaldünger, denn der ist auf jeden Fall viel teurer. Also düngen wir das Ganze mal mit unserem Megavitaldünger. Die beiden Zwillinge, die schlafen noch, aber die waren gestern auch sehr, sehr lange wach. Ich glaube, das haben die wohl verdient, dass die ein bisschen länger schlafen können. Dem kleinen Teamvideo, dem geht es auch hervorragend. Und der kleine Dormilon, ja, der stinkt ein bisschen und braucht ein bisschen Aufmerksamkeit. Aber da können wir uns gleich auf jeden Fall noch drum kümmern. Was halt komisch ist, ich kann Antonia halt, wenn ich auf Kontakte knüpfen gehe, ausschimpfen, weil sie zu wenig Eier gelegt hat. Aber sie ist ja noch ein Küken, kann also eigentlich sowieso keine Eier legen. Heißt das, es ist ein Bug oder steht das da immer bei Küken? Vielleicht wisst ihr daher Bescheid. Denn das finde ich irgendwie alles merkwürdig, denn eigentlich müssten die schon längst Hühner sein. Also, falls ihr wisst, wie man das irgendwie, ja, verschnellern kann oder sowas, dass sie vielleicht wirklich ein Huhn werden, dann schreibt mir das mal gerne. Denn, ja, ich habe, keine Ahnung, Notizbuch, was kommt da denn? Auch nichts, da werden uns nur die ganzen Eier vorgestellt. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr daher Bescheid, wie man das Ganze machen kann oder wie wir damit umgehen sollen. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Aber genau, schreibt mir da gerne mal in die Kommentare, falls ihr da eine Lösung für habt. Wir haben auf jeden Fall wieder fleißig Eier und Milch eingesammelt. Und das tun wir dann auch direkt mal wieder alles in den Kühlschrank. Hier sind auch schon unsere Eier. Und wir haben normale Eier. Wir haben normale Eier. Das ist eine Seltenheit. Und Harry hat gerade an der Tür geklopft und möchte uns besuchen. Den lassen wir selbstverständlich herein, denn den kennen wir ja schon. Was ich mir auf jeden Fall auch noch gedacht habe, vielleicht kann der liebe Will ja nochmal in die Stadt gehen und ein paar Sachen verkaufen. Denn es sieht schon wieder ein bisschen knapp aus bei uns. Und vielleicht haben wir dann ja nochmal ein bisschen mehr Geld, dass wir auch nochmal, ja, das Zimmer von den Zwillingen ein bisschen umgestalten können. Denn auch das sieht ja noch ein bisschen mager aus. Also düst der liebe Will jetzt los und Patchy ist aufgewacht. Da kümmern wir uns auch gleich drum. So, dann wollen wir doch mal sehen, dass wir ein bisschen handeln. Und dann schauen wir doch mal, ob wir da denn nicht gut was verkaufen können. Und bei der lieben Agatha-Knautschgesicht können wir dann auch nochmal einkaufen. Denn Will darf das Ganze ja. Er darf ja mit Seniorinnen reden. Und dann ist es ja alles kein Problem. Bist du verrückt? Bei diesen Preisen zahle ich bereits drauf. Oh no, das ist das allererste Mal, dass Kim sagt, wir dürfen nicht handeln. Sonst durften wir immer handeln. Okay, vielleicht sind wir einfach mal ein bisschen freundlich mit ihr, stellen uns mal freundlich vor. Und sonst versuchen wir das Ganze nochmal hier gegenüber, bei der lieben Agatha. Vielleicht lässt die uns ja handeln. Und dann können wir da mal unser Glück versuchen und etwas verkaufen. Aber da können wir auch nicht handeln, denn Will ist gerade zu beschämt, um zu handeln. Auch Will. Naja gut, dann müssen wir das Ganze wohl so verkaufen und dann ist es wohl so. Aber egal, wir kriegen ja trotzdem Geld. Wir verkaufen auf jeden Fall unsere goldenen Eier, unsere grünen Eier, unsere Schokoladeneier, unsere Stechpalmen. Und das war es auch schon. Aber wir bekommen immerhin 1620 Simoleons. Und theoretisch könnten wir auch viel mehr machen. Wir könnten noch Sachen einmachen und dadurch bekommt man ja auch sehr viel Geld. Aber wir haben einfach keine Zeit. Wir haben so viele Kinder und wir müssen uns die ganze Zeit quasi um die Kinder kümmern. Und es ist halt irgendwie echt keine Zeit, irgendwas einzumachen oder so. Also ich glaube, wir gehen nochmal ganz kurz zu der lieben Sarah und plaudern nochmal ein bisschen mit ihr, wenn wir schon mal hier in der Stadt sind. Schwärmen vielleicht einfach mal von der bevorstehenden Hochzeit. Denn die wird auch in irgendeinem der nächsten Parts stattfinden. Also es wird nicht mehr so lange dauern. Es wird noch eine kleine Sache vorher passieren. Aber dann wird auch die Hochzeit stattfinden. Und ich habe einen Sim von euch gefunden. Das ist der liebe Maurice Wolf. Und bei dem werden wir uns einfach mal freundlich vorstellen. Denn Maurice ist mit seinem Ehemann James hier nach Hanford und Begley gezogen, weil er, ja, das Dorf einfach liebt. Sein Mann, der mag die Stadt zwar lieber als das Dorf, aber dennoch aus Liebe zu ihm hat er gesagt, ja okay, komm, dann ziehen wir nach Hanford und Begley. Und wenn wir schon mal dabei sind, hier ist noch ein Sim von euch. Ein anderer. Das ist der Enrico Hirschkamp. Auch bei dem werden wir uns mal lustig vorstellen, denn auch für den gab es eine kleine Vorgeschichte. Und zwar kommt er eigentlich aus Sulani und ist auch ein, sagen wir, ganz besonderer Sim. Hey, geht doch nicht. Stopp. Naja gut, dann heute nicht. Haben wir uns denn wenigstens vorgestellt? Ja, wir kennen ihn jetzt. Na immerhin. Auf jeden Fall ist der liebe Enrico etwas ganz Besonderes. Er und seine Ehefrau hatten sich wohl in Sulani kennengelernt. Allerdings hat seine Frau dann, ja, Hanford vermisst, das Dorfleben vermisst und deswegen sind die beiden nun auch hierher gezogen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal wieder nach Hause, denn wir haben inzwischen drei Kinder zu Hause und es ist echt anstrengend. Deswegen kann Will diesmal nicht eine Nacht in der Bar drauf machen, sondern geht lieber nach Hause und pflegt zusammen mit Snow ein bisschen seine Kinder. Da sind wir wieder. Und die liebe Lilia wird jetzt mal zum Kühlschrank gehen und ein bisschen was backen. Und zwar backt sie ein paar Brownies und dann hat sie nämlich ein bisschen was geplant. Die Brownies sind fertig und sie packt das Ganze jetzt in einen Picknickkorb. Und dann geht sie zu dem lieben Patchy hin und fragt ihn, ob er denn nicht zusammen mit ihr auf ein Picknick gehen will. Und ich würde ja ein bisschen weiter gehen, allerdings habe ich ein bisschen Angst, dass er dann wieder zu seinem Baum verschwindet, weil es ja immer ganz schön schnell geht. Und deswegen machen wir das Ganze einfach hier. Ist ja auch ganz schön. Ist zwar direkt vom Haus, aber wir haben hier ja die Picknickbank, also warum sollten wir sie nicht nutzen? Dann setzen die beiden sich einfach hier hin und plaudern ein bisschen und dann holt ihr den Picknickkorb raus und dann können Brownies gegessen werden. Und Will hat gerade die Rechnung bezahlt und jetzt sind wir wieder bei 357 Simoleons, also ja, haben quasi wieder nichts. So Lilia, dann hol doch mal deinen Picknickkorb raus und pack das Ganze aus. Breite dein Picknick aus. Da sind sie, die fertig Brownies. Und nein, ihr steht nicht wieder auf, sondern ihr redet bitte noch ein bisschen miteinander und dann, ja, wenn sie jetzt halt zum Essen ruft, dann kommen halt alle, ne? Aber egal, dann ruft doch einfach mal zum Essen, dann nehmen sich halt alle ein paar Brownies, ist doch auch okay. Ich weiß gar nicht, ob Patchy überhaupt Brownies essen kann, weil scheinbar nicht, denn er ist halt eine Vogelscheuchter. Aber gut, wir tun einfach so, als hätte Patchy auch ein paar Brownies gegessen. Er hat auch ein Gefühl erhalten. Gefühle von Patchy gegenüber Lilia. Picknickbindung, Verbundenheit. Patchy hat ein schönes Picknick für Lilia genossen. Gutes Essen in der Natur, kann die Freundschaft fördern. Das finde ich richtig, richtig schön. Und Lilia hat scheinbar noch ein Merkmal von ihm herausgefunden. Also er liebt die Natur und ist ein Einzelgänger. Also das ist sehr interessant. Und vielleicht fängt Lilia dann schon mal ein bisschen an, in die romantische Richtung zu gehen und macht vielleicht einfach erstmal einen Anmachspruch. Also etwas, ja, ganz Einfaches, wo man doch nichts weint. Und vielleicht flirtet sie erstmal einfach ein bisschen, um erstmal zu gucken, nein, nein, Patchy, du kannst jetzt nicht gehen. Nein, nicht jetzt, bitte. Mach ihm mal ein Kompliment über das Aussehen, bitte nicht. Ach, puh, ich dachte, er wäre jetzt zu seinem Baumstamm. Ich dachte, er wäre jetzt zu seinem Baumstamm. Das hätte ich nicht geduldet. Also dann flirten die beiden einfach noch ein bisschen. Und sie macht ihm ein Kompliment über sein Aussehen, weil sie findet ihn ja scheinbar unfassbar attraktiv. Und ja, dann können die beiden vielleicht schon mal, ja, ich weiß nicht, ob Knuddeln schon zu weit geht. Aber sie kann ihm auf jeden Fall mal einen Kuss hauchen. Da ist ja nichts bei. Warum rennt er denn hier die ganze Zeit durch die Bude? Ich hätte das schön gefunden, hätten die beiden einfach hier gesessen und zusammen das Picknick genossen. Aber ja, wissen wir, funktioniert nicht immer so gut. Aber seht ihr das? Die beiden haben schon eine Romantikleiste. Die haben einfach schon eine Romantikleiste. Das ist großartig. Und vielleicht gesteht sie Patchy dann schon mal, dass sie sich ein bisschen in ihn verknallt hat. Ich glaube, Lilia macht das. Also Lilia ist ja nicht wirklich schüchtern, sondern gestehe es ihm doch mal. Sie könnte ihn einladen, über Nacht zu bleiben, aber ich weiß nicht, ob er dann wirklich bleibt. Wir versuchen das ganz mal. Okay, es geht nicht. Na gut, er geht wieder zu seinem Baumstamm. Aber ja, die beiden haben ihre ersten romantischen Annäherungsversuche gestartet, nenne ich es jetzt einfach mal. Sie hatten ein schönes Picknick in der Natur und ja, es war nicht ganz so schön. Sie sind eigentlich die ganze Zeit aufgestanden. Aber wir können ja so tun, als hätten sie hier wirklich die ganze Zeit gesessen, hätten zusammen die Brownies gefuttert und ja, es ist nicht so gewesen, dass nur Lilia was gegessen hat, Sabio zwischendurch hier rein spaziert ist und Patchy eigentlich nur die ganze Zeit die Teller weggeräumt hat. Nein, nein, so war das gar nicht. Hier liegt halt überall Kleidung rum. Es ist so dreckig hier. Aber hier hängt noch die Kleidung, da kommt der Klitsch nass ist. Hier ist auch noch schmutzige Kleidung. Das Wasser ist noch dreckig. Gut, das kann man mal austauschen. Aber es ist einfach ein Saustall und wir können nichts machen. Es ist einfach überhaupt nicht großartig. Es ist richtig schrecklich. Hier ist gerade etwas aufgeploppt und zwar steht hier Eifersucht verursacht Beziehungsschwierigkeiten zwischen Greta und Hunter. Wir wissen ja, dass Hunter sehr eifersüchtig ist. Also eigentlich auf Snow. Also ihm gefällt es nicht so ganz, dass Snow so ein glückliches und erfülltes Leben mit Will hat, denn eigentlich ist Hunter immer noch in Snow verliebt. Und vielleicht hat Greta das so ein bisschen mitbekommen oder bekommt es immer und immer mehr mit und deswegen liegt da jetzt ein bisschen Eifersucht in der Luft und ich bin sehr gespannt, ob sie das Ganze durchstehen oder ob es da zu einer kleinen Beziehungskrise kommt. Der liebe Will ist zur Arbeit und die Kinder, die gehen gleich auch in die Schule und ich würde sagen, damit beende ich den Part gleich auch. Dann ist es sehr viel passiert in diesem Part. Es sind schon wieder nackte Menschen unterwegs. Wir haben eine Halloween-Party gefeiert mit all unseren Freunden und Lilia hatte eine, ja, eine Art Date, sagen wir, es war ein Date mit Patchy. Sie hat hier an diesem Picknicktisch mit ihm gepicknickt und es war, wir sagen, es war sehr schön, auch wenn es ein Durcheinander war, aber es war sehr schön. Und ja, für den nächsten Part habe ich schon etwas ganz Besonderes geplant. Also freut euch auf den nächsten Part. Es wird hoffentlich großartig. Und bevor ich den Part jetzt letztendlich beende, kommt hier noch etwas aufgeploppt und zwar Profi der Pflanzenzucht. Der Verein Grüner Daumen veranstaltet einen Wettbewerb, um herauszufinden, welcher Gärtner die größte und beste Erntepflanze züchten kann. Was soll Will tun? Soll er alles geben, um mit seiner Pflanze ins Finale zu kommen oder als Gartenfan beim Wettbewerb zusehen? Und ich würde sagen, auf jeden Fall möchte er es mit seiner Pflanze ins Finale schaffen. Also ich meine, er züchtet zu Hause Riesenkürbisse und Riesenkopfsalate, was bis jetzt nicht so gut geklappt hat, aber er ist dran und deswegen möchte er es auf jeden Fall schaffen. Und Will tritt zuversichtlich beim Wettbewerb an. Seine Zwiebel wird die größte der Welt sein. Mit Hilfe von sorgfältiger Pflege und ein paar Gartenbautricks hat seine Zwiebel eine rekordverlässige Größe erreicht. Will sichert sich mit Leichtigkeit den ersten Platz und in der näheren Umgebung riecht es den Rest der Woche ein wenig nach Zwiebel. Spaß 20 und Leistungsverbesserung klein. Also wenn das nicht super gelaufen ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist doch eine tolle Aktion, um den Part jetzt letztendlich auch zu beenden. Und um nicht weiter um den heißen Brei zu reden, würde ich mit Vorfreude auf den nächsten Part jetzt letztendlich auch sagen Tschüss und bis zum nächsten Video.